Willkommen zurück zu Battlefield 1. Jetzt gehts weiter. Einfach mal die Tür zu machen. Aggressiv weiter. Ja, eine Axt. Was ist das? Oh ja. Oh. Oh. übertreibt da ist sogar die festung am ende zwei australier retten das ist nochmal hier ob sie vielleicht irgendwann mal wieder laufen das ist ja keine Waffen zu sein ok besser wenn ich jetzt hier lang gehe ja 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 sieht nach aus verdammte scheiße die ganze scheiße geht den bach unter ich muss zurück zu weiter endlich was womit ich kämpfen kann das geht gerade wirklich echt auf die Nerven der Das war's mir. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. England und Australien kämpfen für England, zwei Soldaten aus Australien, genau. Man wird es nicht finden können. Hab ich aber nicht. Nein, das hast du nicht. Guter Schuss. Ach, naja, also ich hab ihn da draußen gesehen und ich... Der Feind dringt uns überall zurück. Doch, dich's mir. Bischop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komm schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Kapiert? Ich muss zum Etappenkommando. Das wird ein langer Fußweg. Warte, wo sind die denn alle? So. Für alle, die es noch von keinem Mildegänger wissen... Die Stellung der Entente ist verloren. Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Forster! Verdammte Briten. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Entschuldigung, um ihren Rückzug zu sichern, um ihren Rückzug zu sichern, um ihren Rückzug zu sichern. Ah! 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 Okay! Set Bayonets! We're ready to charge! Whitehall! Neuigkeiten von der Etappe! Vergesst sie sich! Erst helfen sie uns! Macht euch bereit, Männer! Nehnte Deckung! Oha! Stirb der nicht! Alter! Ich habe ihn getroffen! Dreimal! Der ist sich umgekippt! 1860 bis 1915 ging der Krieg! Ne, so alt war er... Da war er geboren... Und... Ne, so alt ist er geworden! Ne, so alt ist er geworden! ...und arter Zeit, was geht tre 골�isch! Ach, eins runter! É, US PLETER! Wenn es wird'd jakich war! Ne, so alt ist! Drittat! 4ack! 9ack! 2ack! 2ack! Die Polizei! Die Polizei! Die Polizei! Hier wir, Leute! Verdammt! Da kommen Sie wieder, Josen! Die Polizei! 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 Zultat am Boden! Schlagt sie zurück! Die Polizei! You ready? Weitersucht! Schlagt sie zurück! Ich kann nicht den angepanzerten ankommen! In so einer kleinen Gegend! Wieso, Bishop? Wieso tust du mir das immer an? Ey, danach kommt der Panzer! Das sehe ich positiv! Das ist nichts! Ich glaube, hier war auch nichts mehr! Ich glaube, das war schon bald! Und jetzt kann ich das nicht mehr ansehen. Das ist gut. Da kommen sie wieder, Jungs! Wir haben ihn! Get him! Wir haben noch einen Mann verloren! Jetzt! 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 Wir haben noch einen Mann verloren! Schlag sie zu! Jetzt! 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 Aufpassen! Bleibt stand da! Jetzt! Jetzt! Malden! Jetzt! Jetzt! Malden! Halt!